Hallo Leute, ja willkommen zu einem neuen Part. Ich habe jetzt rausgefunden, wenn man ihn besiegen muss. Man muss sein Schwert ab... ähm, ab... man muss das... ach... okay, ich zeige euch das einfach. Sein Schwert muss wegfliegen und dann ist er verwundbar und dann muss man Waffen wechseln. Also man muss jetzt... zum Glück habe ich das rausgefunden, wie man ihn besiegen muss, zu Glück. Ich habe mir gedacht, wozu haben wir die Bocken bekommen, wenn man die jetzt nicht einsetzen kann. Da habe ich gedacht, okay, dann probiere ich das doch gleich mal aus. Okay, kann ich das Schwert angreifen? Hä? Muss ich die ganze Zeit mit Bomben kämpfen oder was los? Okay, ich versuche mal die ganze Zeit mit den Bomben zu kämpfen. Hey, bringt das ja was? Waschen... Bomben. Ist Bomberteil. Ist die Bombenstimmung... Okay, komm. Scheiße. Ähm... Ähm... Ähm, okay. Achso. Jetzt möchte ich... Ich bring diesen Bastard um. Ich bring ihn so doll um. Ach. Jetzt kommt meine böse Seite raus. Jetzt komm, stirb. Wo bist du? Komm. So muss man ihn besiegen. Okay, merke ich mir. Werfst du mal stehen, du... Spasti. So, 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 so. Ähm... So, so. Karte. Karte habe ich gemacht. Okay, Bomben wieder. Bomben, Bomben. Adafo, äh... Objekte. Kekse. Ich brauche ein paar Kekse. Um weiter zu kämpfen. Okay. Waffen. Bomben. Ausrüsten. Nochmal ausrüsten. Okay, das habe ich jetzt auch. Verdammt, Karte. Verdammt. Okay, kommst du hierher? Ey, das tut ein... Okay, okay, okay. Ich sag nichts dazu, weil das mir so scheißegal ist, weil ich rausgefunden habe, wie man ihn besiegen muss. Ähm, okay. Okay, jetzt. Schwert. Massaker. Ich bringe es um. Ich bringe diesen Bastard um. Boah, ihr wisst ja, wie ich momentan so böse drauf bin. Boah. Der Bastard hat mich die ganze Zeit aufgeregt. Boah, jetzt bringe ich den Bastard auch um. Komm doch her. So, 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 so. Okay, das ist viel, viel besser, die Drehertacke hier. So. So. Okay, nochmal. Komm her. Komm her. Wie viel Leben hat der Macke eigentlich? Ah, das kann ich ja nachgucken, verdammt. Ah, ich hab gewonnen. Ja, ich, 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 ich hab gewonnen. Ja, 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 ja. Ja, ich hab diesen Bastard umgebracht. Hä, was war das für ein Donnerstrahl? Trotzdem, ich hab diesen Bastard umgebracht. Okay, ich hab's geschafft. Ähm, Miyake mag dich auch. Man kann nur nie sagen, was ihr gerade durch den Kopf geht. Oh, das würde ich nicht sagen. Hm, ich wette, sie denkt, eh nur wäre es Zeug. Hä, okay, ich mag sie. Das Ende der Welt kommt zu früh. Genau. Das gleiche habe ich mir auch gedacht. Das Buch ist zu früh erschienen. Aber das bedeutet doch, dass auf dieser Welt gesündigt wurde, richtig? Das können wir nicht ändern. Sie halten das, was sie verdienen. So primitiv und so simpel. Was? Wie man beschleunigt das Ende? Das kann aber doch nicht sein, oder? Beeilung, es gibt noch einen Geist. Den Blitzgeist Ua. Ua, okay, Ua. Ach, Mikro einstellen, okay. Lass uns nach ihm suchen. Okay, jetzt haben wir sie auch. Eine Frage zu deiner neuen Welt. Die Städte, in denen die Menschen leben. Wie sollen sie in der Welt sein? Ähm. Wie sollen die denn sein? Ich brauche jetzt das richtige Material dafür. Ähm. Nö, nö, nö. Charaktere. Hm. Okay, so. Licht. Da soll ein Licht statt werden. Inhalt neue Welt. Schöpfungsfolge 2. Licht. Gut, lasst uns jetzt über das Abenteuer fortsetzen. Okay. Haben wir es jetzt geschafft. Und noch eins von diesen komischen Steinen. Karte will ich haben. Was zum Teufel ist das denn? Erhalten wir Deins Elf. Deins Elf? Du hast unglaublich gutes Schwertmaterialisieren erhalten. Gut gemacht. Das Schwertmonster führte ein mächtiges Schwert. Schön für das Monster, aber ich will jetzt wissen, was das ist. Deins Elf. Hm. Wo der Entstehung von Kanäle gab es an Erden. Okay. Wollen wir das in ein schreckliches Monster? Okay. Und so ein Schwert soll ich haben, oder was? Warte, das kann ich machen. Warte, das mache ich auch bestimmt. Warte, Eisen 6. Hm. Ich glaube, ich mache mir das Schwert. Ich mache mir wirklich das Schwert. Aber aufscreen. Dann zeige ich euch das. Und was ist das? Rezept. Für was denn? Was für ein Rezept ist das denn? Rempo, sei ruhig. Ähm. Was zum Teufel ist das denn? Was soll so? Hä? Okay. Ach so, das soll die Form von denen haben. Okay. Das mache ich doch mal. Vielleicht bringt das ja mal was. Ähm. Verdammt. Okay. So, so, so. 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 Ach, verdammt. Okay. Verdammt. Ach, ich muss mich hier besser konzentrieren. Ach, zurück. Warte mal, sie gibst du auf? Ja. Ach, das kann ich auch später machen. Ich habe ja noch alle Zeit der Welt. Okay, und was ist das hier? Nicht das. Boah. Okay. Das hier. Ähm. Okay. Das will es nicht mehr. Und was gibt es hier noch? Außer dieses komische Rätsel. Oder was das auch noch war. In welchem Bereich ist das denn? Ähm. Wartet mal kurz. Ich versuche das mal offscreen. Also, sag dir, was du wissen musst. Also, bis gleich. Okay, es geht weiter. Ich habe es nicht rausbekommen. Deswegen sage ich euch mal, wenn ihr wisst, wie das funktioniert, schreibt es in den Comments. Das will ich gerne machen. Und jetzt gehen wir mal raus. Ähm. Kein Ton. Was? I sense something. Over there. Hi. That's... Calervo. May I be? It's surprisingly capable. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das ist das Kalerbo, das ist 40, wenn es der Himmel ist. Aber ich dachte, wir haben ihn gescheitert. Ja, aber er wurde reviert, ich habe gehört. Also, das ist das Kalerbo, das ist der Kalerbo. Ich glaube, es ist der Impat. Ich bin der Antik-Tik, so this time we're in our house. Don't forget, he's our enemy! You make up for the Book of Robert. Let's head back. We've cleaned our lost to the fort, a war with a total victory. You dead monsters wear the armor. You're on Earth than me. We'll be right back. We'll be right back. We're a potential furcht. This very day, our behemoth Khaled, was the perfect battle. Let's hear it for victory! Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, tschüss!